Hey! Kurze Frage, wisst ihr, wo der Bahnhof ist? Die Richtung. Okay, danke. Hey! Sorry, kurze Frage, wisst ihr, wo der Bahnhof ist? Ich hab mich ein bisschen verlaufen. Einfach die Richtung. Okay, danke. Hey! Wisst ihr, wo der Bahnhof ist? What the fuck, man? Den Bahnhof. Hey! Sorry, kurze Frage, wisst ihr, wo der Bahnhof ist? Dieses Einkaufscenter? Hey! Hey! Sorry, kurze Frage, wisst ihr, wo der Limbecker Platz ist? Dieses Einkaufscenter. Hey! Wisst ihr vielleicht, wie ich zum Limbecker Platz, dieses Einkaufscenter, wie ich da hinkomme? Zu dem Einkaufscenter. Ich wollte es. Ah, okay, danke. Hey! Hey! Sorry, wo habt ihr das Last-Scheis her? Das sieht ganz lecker aus. Der Laden da oder was? Okay, danke.